ja ich schwöre sobald irgendwie eine New Crafted ist er weg wenn er nicht jetzt schon eine gekauft hat eben um ja wie schnell kann man sowas kraften das dauert ewig da brauchst du Oranium Blöcke er wie ein enriched Oranium Zellen Advanced Circuits unten in Advanced Machine Block also so schnell bekommt er die New York nicht hin wo sind denn die jetzt hin geh die ich doch einfach so jetzt reicht's Kick, Maia, 12,08 soll ich ihn auch bannen? ja dann wird er halt für den Tag gebannt und fertig ist wie die Joint ja weil du ihn nur gekickt hast ist er jetzt weg? ne warum ist er nicht weg? nein du hast ihn nur gekickt aber du musst ihn noch bannen ist er jetzt gebannt? gebannt ja ich müsste glaub ich gebannt alter white gib mir mal OP warte gib mir mal OP ich mach's reload whitelist das whitelist reload higmeyer 12,08 so jetzt müsste er nicht mal drauf kommen oder? ne normal war es nicht nn doch gibt mir mal OP In der Art und Weise gibt das Slash, Bann und dann den Namen. Gib mir mal OP. Versuch, lass mich mal versuchen. Warte mal, wem soll ich OP Rechte geben? Mir, Verus, Hadi. Slash, Ban, 8. Sao Ban, Player Major, 1208. Ja gleich kommt er wahrscheinlich wieder. Ne, wenn er gebannt ist geht das nicht. Ja, hab ich auch gemacht. Ne, jetzt kommt er nicht mehr glaube ich. Ne. Du nimmst die Schuld auf dich, ist das klar. Vielleicht kommt er wahrscheinlich ein TS von heute rum. Aha. Ja, selber schuld, wenn der mit seinen Nukes droht und das Projekt. Ich hab das ganze Zeit gesagt. Bann ihn doch sofort oder so. Ich hab die Regeln ausdrücklich hingewiesen, hier steht keine Nukes. Sowas finde ich auch voll zum Kotzen. Ja, tut mir leid für ihn, aber... Aber er hat ja auch angefangen mit dem TNT-Block, ne? Warte mal, jetzt sind ja die ganzen Sachen was er mit dem Tag hat weg, oder? Ne. Er hatte ja nichts. Du hättest vorher Slash Kill machen müssen und dann. Das stimmt. Ja, das stimmt. Soll ich ihn nochmal pardonen? Wie? Oder nicht? Ja, unbande nochmal, dann Slash Kill. Ne, warte mal. Ich bin mir jetzt kurz off. Ah, ja off sag ich, kurz afghaner. Ja. Bis gleich. Jo. Centus oder wie du heißt? Ja. Was? Wie alt bist denn du? 24. Ich bin der Älteste hier. Okay. Wie alt seid ihr? Beide? Heute 15 geworden. Okay. Happy Birthday! Alles Gute! Boah ey, ich bin echt der Älteste, war aber schon zu Anfang so gleich. Haha. Naja, egal. So, European Spanken, ich bin wieder da. Jo. Äh, wer von euch ist denn oft online? Sag ich jetzt mal so. Ja, ich bin eigentlich ziemlich oft da. Such dir jeden Tag. Dann ist es jeden Tag ne Stunde, denk ich mir. Boah, wie lange nehm ich eigentlich schon wieder auf? Ich bräuchte zumindest ein D. Ah, so ein... Reiten Atmen. Weil wenn ich nicht da bin, arbeiten bin oder so. Also Coatmen. Ja, auf jeden Fall einer der wirklich zuverlässig ist, also... Ich? Der nicht scheiße macht oder so. Ich? 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 Da gibt das doch Eros. Ah, ok, jetzt schreibt ihr mich auf SkyBan. Aha, ok ban. Damit bekomm ich das Geld wieder. Schreibt für einen Tag und wenn er nochmal so einen Scheiß macht, dann... ...komplett ban. Ja. Das ist jetzt nur für einen Tag. Alter. Ey. Ich mach nichts. Ich weiß. Und er bekommt nichts. Oder? Fragezeichen. Er hat dir keine Nix gebaut, oder? Ich denk nicht. Ich denk nicht. Wer wird getötet, oder? Wer nimmt jetzt eigentlich noch auf? Ja. Und du lädst kein Backup. Weil dann ist alles, was ich gemacht habe, schon wieder weg. Und ja, und was ist mit ihm? Der Bastard, ich hack seinen PC. Minecraft-Account, er kann BB sagen. Mh. Mh. Du kannst kein Slash-Inf... Ja, aber wenn er das macht, kannst du ihn anzeigen. Neid. Der Neid war grad auf mein GS, als ich wieder draufgekommen. Und ich glaub, der hat mir irgendwas geklaut. Alter, ich bin so froh, dass ich jetzt noch on gewesen bin. Stell dich mal vor, dass wir jetzt ein Atomkrieg geworden. Boah, ja, dann hat man richtig verkackt. Alter, ich komm dann morgen fröhlich gelaunt auf dem Server und nichts mehr ist da. Hm. Aber bis dem an den New kam, ey, das dauert ewig. Aber du hast ja nochmal ein Backup gemacht gehabt. Ich mach jetzt nochmal ein Backup. Moment mal, wo kann ich das machen? Äh. Oranium. Sorry. Re-enriched Oranium Cells. Wie macht man denn die? Kann man genau für eine Nuke verwenden. Aber wie macht man die? Backup 2.0 Beta. Äh. Holy shit. Soll ich nicht. Eigentlich heißt das Betreten verboten ohne Erlaubnis. Oh ja, sehr schön. Auch nicht in den Kissen. Vielleicht wieder da. Jo. Aber die Items können ja auch von den Sentry Turrets zerschossen werden. Er beschwert sich jetzt. Weil er hat den ganzen Nachmittag an dem Ding gearbeitet. Und das ist alles weg. Die ganzen Erzen und so. Ja, sag ich mir mal, ähm, dass es passieren kann, dass es durch die Sentry Turrets zerschossen wird. Ist mir auch schon passiert. Ja, aber. Nightmare hat es ja kaputt gemacht, oder? Ja, er. Also seine Sentry Turrets haben ihn getötet. Und dann ist René ausgerastet. Aber, überleg mal. Daran merkt man, was das für ein kleines Kind ist. Oh ja. Warte, ich weiß nicht. Sollen wir den nicht länger bannen? Warte mal, jetzt ist er eigentlich für immer gebannt, oder? Ja, im Moment schon. Im Moment ja. Boah, ich komme echt gar nicht dazu, was ich machen will. Aber wenn er sein Geld zurückhaben will. Eigentlich bin ich jetzt nicht verpflichtet, ihm das Geld zurückzugeben, oder? Ja. Weil das war ja eigentlich eine Spende. Ja, er hat eingewilligt. Ja, er hat auch. Es war ja eine Spende. Ja, es war freiwillig. Es war keine Pflicht. Ne, das war nicht. Das ist nicht strafbar. Nein, ist es auch nicht. Das war freiwillig die Gabe und er kann das auch nicht beweisen. Ja, das ist eine Spende. Er hat die E-Mail. Ach ja. Ich weiß von dem her. Aber trotzdem. Dann ist es ja freiwillig zu spenden und alles. Alter, kann man keine Dinger sperren? Nukes, TNT oder irgendetwas? Kann man das nicht am Tisch? Aber ich glaube, man kann Explosionen sperren. Wie? Doch, man kann. Ja, das ist die Explosion nicht mehr. Das, was nicht kaputt geht, ja. Das, was nicht kaputt geht, ja. Aber wenn du mit TNT arbeiten willst. Naja. Bei mir ist es mal, bei meinem Kollegen ist es genauso gegangen. Da hat er auch einen an den Nukes hindert. Und dann ist das aber gecrasht. Mal die ganze Map weg. Ja. Haben doch kein Backup mehr aufspielen können. Wenn du zu viele machst. Das ist das. Das war nur eine. Mach doch so, hol dir mal Filezilla und lad dir die Map direkt auf den PC rauf. Ja, hab ich auch schon gesagt. So mache ich das mit meiner Singleplayer-Map nämlich auch. Immer nach der Aufnahme Backup machen. Warte mal. Jetzt sagt er gerade. Was würdest du tun, wenn jemand alles, sagen wir, bloß den Safe zerstören würde? Ich wäre gar nicht zu dem hingegangen. Ich wäre gar nicht zu ihm hingegangen. Er soll mal mit kompletter Quantum Resi und Advanced Nano Body Suit Armor verrecken. Das ist hart. Gepflanzt. Ruhig. Ich bin weggeblieben. Was mich wundert. Ist es der gar nicht im TS, der Nightmare? Wer hat sich da gemutet? Wer hat sich da gemutet? Äh, das ist... der K.U. Fight. Ähm, warte mal. Wem gehören überhaupt TS? Äh, mir. Okay. Hört der TS. Alles klar. Okay, ich muss meine Töte nochmal los schicken. Äh, ja ne, du hast ja die Items für eine zweite Quantum Hose. Ja, und ich habe aber auch lange dafür gefarmt. Ich habe ausdrücklich gesagt, kein TNT. Oder Nukes. Oder ohne Fragen Grundstücke zu betreten. Steht in den Regeln nämlich auch. Ja. Und da hat er eigentlich selber Schuld. Oder liege ich da falsch? Mir hat was dem Nukes gesagt. Hm? Nee, oder liege ich da falsch mit den Grundstücken? Ich habe gesagt, alles was die Map zerstören kann. In Klammer explodiert. Moment mal, ne Portalgang kann auch die Map zerstören. Dann müsste ja auch verboten sein. Ja, ich meine jetzt so ultra-heil. Ja. Alter, was holt es sich jetzt bei mir aus? Alter, was holt es sich bei Nightmare aus? Ja. Wahnsinn, meine Kisten voll. Ich schreibe mir jetzt, klär das mit Nightmare. Klär das mit Nightmare. Hey, hört ihr den Ventilator? Ja. Nicht? Ja, eher nicht. Das ist mein letzter mit einem Ventilator abkühlen. Hoff mal, dass das so hoch reicht. Glaub ich auch, dass es jetzt mindestens drei Punkte ist oder so. Mhm. Ich habe geschafft beim Aufnehmen, dass mir mein PC-App gekackt ist. Sicherung ist rausgeflogen und zack, mein Netzteil ist durchgeschossen. Ist das nicht in den TS3 oder wie? Ne, ich schreibe mir. wie fragt dieser Leute. Na, ich habe nur die Frage. Wir klären halt, wiriffsjahr sind der Sprache jetzt. Heid? 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 Heid, du bist Neid oder? Ja, dann sagst du ja auch schon mit, Herr, Herr, ich habe ja immerhin keinen Fall in der Fall. Sollte er, ja. Squadex ist auch da. Sorry, ich hatte mein Mikrofon gemutet. Warte mal, wo ist jetzt Squadex, ja. Also wir wollen das erstmal klären. Ich habe ausdrücklich gesagt, es ist alles verboten, was die Map irgendwie zerstören kann, was exklusiv ist und so weiter. Außerdem steht auch noch drauf, kein Grundstück darf ohne Fragen betreten werden. Und die Regeln habt ihr alle eindeutig gelesen. Ja. Und es ist jetzt natürlich eine scheiß Situation für beide Seiten. Wer bitte hält das jetzt ein, die Regeln? Keiner hält sie ein. Sicher. Wer? Keiner von uns hat bis jetzt eine Nuke gemacht. Wir haben immer gefragt, ob wir ein Grundstück betreten. Abgebaut haben wir eigentlich auch nichts, also ich zumindest nicht. Also erstens möchte ich mal sagen, er ist auf mein Grundstück gekommen, wurde von meinen Sentries gekillt. Da kann ich zum Beispiel nichts dafür. Ja. Ja. Wenn du dann deine Quantumhose verlierst und mich dann beschuldigst, obwohl ich sie nicht habe und dann mir ein TNT ins Haushalt zerstörst und mir wirklich alles zerstörst, was ich aufgebaut habe, in keine Ahnung wie viele Stunden aufnehmen, ohne Grund und ich habe deine verfickte Quantumhose nicht. Wo ist sie dann? Wo ist sie dann? Wo hast ich das wissen, wo du sie hinlässt? Wo ist sie dann? Da der Partie Sentries können sie zerstören. Wie ist das bitte? Aufballern. Die können zerstört werden dadurch. Ja. Wieso bist du einfach so, als ich jetzt gerade kurz auf war, in mein GS gegangen? In meine... Auf die Drohnen. Ähm... 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 Ja, trotzdem. Das ist trotzdem verboten. Auf meine Haustür steht auf der Klaut wird von mir gefickt, ne? Also... Ähm... Ja, ich würde äh... Ich würde mal sagen, dass viele auf meinen Grundstück auch gekommen sind. Ohne zu fragen. Und mir wurde dann auch schon fast 6 Uhr mitgestohlen. Über Nacht. Ja, mir wurde meine ganze Batbox geglaubt mit der ganzen Energie zum Beispiel. Auch. Die stand genau okay. Das kann eigentlich nur jemanden machen mit einer Portal Gun. Weil Batbox, wenn du die abbaust, kriegst du was anderes. Ja. Ja, die stand genau. Ja, mit dem Ranch. Ja, okay, Ranch. Aber Energie verliert sie trotzdem. Hat jemand OP-Rechte? Ja, ich. Ja, ich. Ja, kannst du in Saves reinschauen? Ja, wir können in Saves schauen. Ja, wir können in Saves schauen. Ja, man kann ja schauen, dass da keine Quantum-Mode drin ist und sonst auch nirgendwo ist. Die Saves reingucken. Ja, man kann ja als OP in Saves reinschauen. In-Game. Ja. Ruhig eingeben.